Yeeha! Ausser! Weif nach links Cross, Side, Behind, Side, Cross, Rock und Chassé, Rechts Und jetzt machen wir Cross, Side, Viertelteile links Cross, Side, Rock, Cross, Shuffle Wir machen gleich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Jetzt gehen wir in die Box Rechts schliessen, shuffle, vor Rechts schliessen, shuffle, back Wir machen gleich fertig Back, Rock, Shuffle, Turn Back, Rock, Shuffle, Full Fangen wir wieder an Nicht wahr? Es war einfach Und auf diese Seite hat er ein Rissgarten und auf diese Seite hat er ein Rissgarten Beide an der gleichen Ort Wir können es schnell machen 1, 2, und wir fangen nicht auf dieser Seite an Also wenn er sich so aufkommt und dann ich glaube, wenn wir auf diese Seite anfangen Achtung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 und restart und 1, 2, 3 Ja Ja Und wenn wir auf diese Seite angekommen dann rein, macht nach dem und dann zerstören δαft und dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 und dann und dann das Und ich trau mich, dass sie mich gehört. Hört. Oh, Frau Föller. Und sie ist nah. Komm, jetzt doch Musik raus, ey, hör. Sie hört zu. Oh, Klo. Oh, Klo. Oh, Klo. Hört. 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 Die Zeit, I close my eyes, every time I fantasize, the way that you touch me, to know that you love me, it makes me feel I'm touching the skies. With each and every riff I take, she's always there, oh the girl could ever wait this love affair, what can I do, oh baby, 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 I can tell you, off the beat, stop. I close my eyes, every time I visualize, the way that she holds me, the way that she meets me, there's something in the way that she smiles. Ich mach meine Augen zu, und dann gibt es kein Tabu, dann lass sie mich schwenken, um über den Morgen, es gibt nichts, was ich nicht für sie tun. Ich mach meine Augen, es tun zu, ich planeale die Gefangenze, die ich schwenke aus, ich mal so viel wie Sie können. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020